liebe freunde von ladies room ich habe hier ein paket gekriegt und wir wollen das mal zusammen auspacken damit ihr seht was da drin ist wenn ihr auch so ein paket bekommen solltet so dazu muss ich ja einmal warte mal scheiße wie geht denn diese kacke hier ich habe auch eine gesichtsmaske bei ladies room bestellt für einen guten zweck zum einen damit ich mein gesicht ein bisschen aufhübschen kann meine mitmenschen und zum anderen auch um eine kleine stelle machen das ist das paket goldkirchen steht drauf schön ist es schön ist das kaputt ich mache es gar nicht mehr an als nur einer gesichtsmaske schaut euch das an was alles drin ist leute ihr müsst ihr müsst ihr könnt es nicht glauben ihr werdet es nicht glauben was haben wir da denn alles nur ein aufkleber noch ein aufkleber meine herren gleich geht es um die cd sehe ich hier und die maske noch mehr drin okay so ein bisschen sortieren hier also was haben wir also ein prospekt von nice view denn da geht das geld letztendlich da geht das geld hin leute an das projekt schwarzweiß tv gute sache ich lege es mal mit hierhin könnt ihr nebenbei ein bisschen mitlesen guckt euch das an was das ist das sind das ist eine wunderschöne ich werde es hier mal an den schädel halten hier guckt euch das an so könntet ihr aussehen als das stück der begierde meine maske denn ich habe eine lady's room ausgestellt ich hatte gar keine maske und ab montag gelten ja diese ganzen ja ich sag mal verpflichtungen dass man vermummt irgendwie durch die gegend laufen muss ja dann musste ich mir irgendwie was besorgen ich habe natürlich mehrere bestellt die sind super falls mal eine dreckig ist und ich die auskochen muss total geil ich meine mit den strapsen hier wir werden das gleich mal an diesen kopf befestigen total gut ich glaube ich trage das in der wendenschuhe jetzt schauen wir mal was hier noch so beiliegt im paket wir haben hier also einen lady's room aufkleber und zwar ist es sehr lange der eignet sich vortrefflich für jede badezimmertür der neue lady's room aufkleber ihr seht es hier das neue lady's room logo hier haben wir einen aufkleber mit unserem neuen lady's room logo dies ist ein aufkleber noch mit dem alten logo super nostalgie pur was haben wir denn noch es ist die sugar for the horse cd von mittlerweile lass mich nicht lügen von 2015 immer noch geil gespiegelt immer noch super gerne und sie macht immer noch sehr viel freude zum hören also auch die ist mit dabei und er hat noch eine cd dabei gepackt vielen dank an fred die hatte ich noch gar nicht super ihr bekommt also für acht euro nicht nur eine maske sondern ihr habt ein aufkleber set dabei und die lady's room cd wir wollten es euch gar nicht verraten und ehrlich gesagt ich wusste davon nichts also ich kann jetzt losgehen ich kann jetzt wieder einkaufen bus fahren zug fahren wenn ihr das auch können wollt und auch noch irgendwie eine kleine spende machen wollt an dieses tolle projekt dann nehmt daran teil an unserer aktion total geiles paket dass wir euch da gepackt haben und wir dürfen nicht vergessen ihr unterstützt damit ein bildungsprojekt in kenia was unfassbar wichtig ist denn trotz dieser corona scheiße die andere scheiße auf der welt bleibt ja nicht stehen von daher ist es auch da wichtig dort am ball zu bleiben dort zu helfen und mit einer lady's room maske tut ihr das wir wurden gefragt ja paypal ist ja gut und schön habe ich nicht kann ich das geld auch irgendwie überweisen ja wir blenden das jetzt mal ein das bankkonto die bahn da könnt ihr das hin überweisen das geld dann kriegt ihr das auch ja die maske so weit zu meinem ersten unboxing video und zumindest auch wahrscheinlich auch mein letztes denn ich hasse diese ganze influenza kack scheiße aber hey es euch gefällt kommt zu der maske und das den hier da kleinen daumen nach oben geil also bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann